hallo freunde willkommen in diesem video mit eine gute nachricht für die microsoft edge gemeinde oder benutzer und zwar hat microsoft nun aufgrund höhen nachfrage wie sie selbst sagen die zusätzliche option zum herunterladen von dateien zurückgebracht ja so dass die benutzer eben zwischen öffnen speichern das sieht jetzt eben so aus ja wenn wir auf dem download link klicken werden wir erst mal gefragt wie möchten sie mit der datei verfahren öffnen speichern unter speichern oder abbrechen genau an der stelle vielleicht noch ein kleiner hinweis und zwar wenn wir hier direkt öffnen wollen ja wenn wir direkt auf öffnen klicken wird die datei natürlich trotzdem heruntergeladen allerdings in irgendein temp ordner ja einen temporären ordner wo die dateien hin und wieder automatisch gelöscht werden genau dieses feature kommt ab der version 87 ist standardmäßig deaktiviert soweit ich weiß muss aktiviert werden das geht allerdings sehr einfach und zwar auf der ja einstellungen einstellungen seite hier von edge unter downloads und ja das ist die option hier beim jeden download nach dem speicherort fragen und schon haben wir jetzt die möglichkeit hier speichern das mal nach den speichern glaube ich genau da haben wir jetzt die möglichkeit das durch ist die datei auch direkt wieder zu löschen ja das ganze über dem browser direkt hier darum geht es eigentlich genau hier kann man das aktivieren standardmäßig ist noch deaktiviert wie gesagt beziehungsweise genau vielleicht bisher sieht es ihm so aus mit der aktuelle version hier das ich gucke mal ob das jetzt hier download das ist deaktiviert genau hier kann man das ist die version 85 hier hier kann man auch aktivieren allerdings haben wir die optionen nicht wir können mal kurz testen hier schnell das ist 85 wir gehen hier unter downloads wir nehmen mal die gleiche datei vielleicht und wenn wir jetzt auf dem download link klicken dann startet normalerweise der download genau dann startet der download hier direkt wird werden nichts gefragt wohin oder ja wir haben keine andere möglichkeit wir können allerdings wenn wir die option hier wählen beziehungsweise aktivieren dann werden wir hier nach dem speicherort gefragt denke ich das kann man jetzt auch machen genau dann werden wir hier einfach gefragt wo wir das speichern wollen allerdings fehlen die optionen ja öffnen speichern unter und so weiter genau das ist aber auch alles was ich euch jetzt verkünden wollte ich hoffe dass gute nachrichten für euch sind und dass es euch weiter geholfen hat wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal